Musik Wir erleben an diesem Wochenende den Dorstenauer Kultursommer 2018 mit Komödie. Heute freuen wir uns über tolle Musik und wir können über diese Art und Weise Dorstenauer Kultursommer uns bei unseren Mitgliedern und Kunden bedanken für die treue Zusammenarbeit. Denn alle, die arbeiten mit uns zusammen, weil sie unsere Qualität zu schätzen wissen und unser Engagement in der Region hier Dorsten. Musik Der Comedy Mix ist super gelaufen, perfekt die Leute aufeinander abgestimmt. Und bisher haben wir wirklich nur positive Rückmeldungen. Und jetzt freuen wir uns gleich auf die Entführung in die 70er Jahre, Rock und Pop, und wir hoffen auf einen wunderschönen Abend. Musik 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 Ja, ich finde es toll, wie es heute Abend wieder läuft. Wir haben jetzt schon den zweiten tollen Abend, die Leute sind begeistert, es ist eine tolle Stimmung hier und ich habe auch den Eindruck, dass die Musiker viel Spaß an ihren Aufführungen haben. Also, es kann weiter so gehen und in zwei Jahren nochmal gerne. Musik Musik Wieder ein absolutes Highlight, die Menschen sind begeistert. Der Dorstenauer Kultursommer zieht einfach und wir sind der Vereinten Volksbank hier in Dorsten ganz dankbar, dass sie auch in diesem Jahr das für uns möglich gemacht hat, mit ihren Mitgliedern, natürlich auch mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und letztendlich natürlich auch für die eine Entscheidung des Vorstandes, das ist auch des Vaters. Vielen Dank, Herr Kultursommer. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020